Servus Elder Scrolls Freunde, in diesem Video will ich euch zeigen, warum Alchemie richtig wichtig ist und man sie auch hochleveln sollte. Die ganzen Standardtränke findet man richtig häufig im Spiel, Lebenstränke, Ausdauertränke und Magikertränke. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Ausdauertrank gerade eben benutzt hat und bekommt einen richtigen Schlag ab und braucht dann unbedingt wieder einen Lebenstrank, dann muss man halt eine gewisse Zeit warten, bis man diesen Trank wieder einnehmen kann. Und deswegen sollte man Alchemie leveln, weil ich zeige euch jetzt nämlich noch einen Trank, wo man alle drei Sachen mit einem Trank auf einmal herstellen kann. Um diesen Trank herstellen zu können, muss man hier drei Slots besitzen, am Anfang besitzt man nämlich nur zwei und man muss nämlich mit den Fertigkeitspunkten den dritten freischalten. Und dann zeige ich euch die Kombination, wie man diesen Trank herstellt. Ich stelle jetzt einmal ganz kurz diesen Trank für mich selber her mit gereinigtem Wasser für Veteranen Level. Dann brauchen wir als allererstes den Akelei, der tut einmal Leben wiederherstellen und Ausdauern, ist die erste Pflanze, die wir benötigen. Und als nächstes benötigen wir einmal die Bergblume, die tut ebenfalls Leben wiederherstellen und Ausdauern. Und jetzt sehen wir schon, wir haben einen Trank hergestellt oder wir können einen herstellen, der hat 5000 Leben und 5000 Ausdauern, gibt schon zwei Sachen her. Und als letztes brauchen wir jetzt das Wiesenschaumkraut, hier das Wiesenschaumkraut stellt einmal die Magica wiederher. Und jetzt haben wir einen Trank, der alle drei Sachen herstellt um 5000 Punkte. Ich kann jetzt noch kurz runterscrollen, oben bekommen wir halt 5000 Leben, dann 5000 Magica und zum Schluss bekommen wir nochmal 5000 Ausdauer, die alle sofort hergestellt werden. Und das Ganze tut sich auch noch um 30 Sekunden 20% schneller regenerieren. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen, der Trank hat euch hier geholfen. Ich finde den selber richtig geil, wenn man alle Sachen gleichzeitig bekommt. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg, ciao, haut rein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020